Ich sitze hier hinten gleich so schlizimetrisch alle hin. Von dem kriegen wir recht viel. Gefällt mir nicht. Noch warten. Noch warten. Jetzt. Den will ich immer noch nicht verbrauchen, weil ich hasse diese Pilze. Oh mein Gott, Leute. Los, clean up. Mach'n kalt. Und die Grabsteine weg, das gefällt mir. Die Grabsteine müssen immer weg, 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 weg. So, die Pilze stehen hier alle. Das ist einfach irgendwie, wie es gerade kommt. Jetzt wird er wahrscheinlich den aufessen und danach umgekehrt werden und den da angreifen. Was ich für Pläne hab. Und, tadaa. Alles einfach hier um ihn einmal. Ah, ich hab den Ahr abgehalten, dafür nicht zu missverzeugen. Dann gehen wir mal in eine andere Richtung. Genau. So, nochmal ein Grabsteine weg, das ist ein Wehe. Ich warne dich. Lol. Krieg dich. Ach komm, weg mit euch. Okay, ich hab eigentlich gehofft, dass der sich dann da weiter durchfrisst, aber egal. Hm, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie. Der kriegt dich jetzt aber schnell. Mach'n, 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 mach'n. Ich weiß gar nicht, wie weit ist deren Reichweite oder so, ob wir schießen die. Meine Goldmünze, meine Münze, du kannst mitschießen. Wir sind gleich fertig, das ist super. Ich bin nochmal eins und mir wieder weniger. Oh, also da kommen die niemals durch. Alleine schon wegen den ganzen Pilzen. Und jetzt noch mit dem Ding. Wenn ich jetzt noch das da hinsetze. Und den da hin. Und den da hin. Den eventuell nochmal da hin. Und schon haben wir die Seerosen. Das bedeutet, ja, wir haben... ... eine neue, ja, Umgebung wieder. Und zwar... Tag und Garten. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgang. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Zum allen Übel kannst du dieses Mal keine Pilze benutzen. Die Pentax übernehmen mich. Ist das nicht zu dämlich? Alle meine Pilze gar nicht nie verwenden. Aber dafür fallen wir Sonn vom Himmel. Dann ist natürlich die Auswahl wieder ein bisschen... ...gezielter, sage ich jetzt mal. Und dieses Level spiele ich noch in dieser Aufnahme. Vielleicht sogar noch eins. Ich bin mir gar nicht sicher. Und dann nehme ich auch erstmal wieder was anderes für euch auf. Dann sollte ich Plans for Summies erstmal wieder ein bisschen... ...an vollen zusammengesammelt haben. Die Zombies sind gekommen. Du bist gekommen. Das ist schlimm für dich. Ich hab' die fast falsch gesetzt. Das wär' so scheiße gewesen. Komm, noch ne Sonne. Noch ne Sonne. Noch ne Sonne. Noch ne Sonne. Das ist bestimmt jetzt... Das geht gleich so in die Hose, weil ich die Sonnenblume gesetzt hab. 2 Sonnenblume brauche ich noch. Oder ist jetzt noch ne Sonnenblume? Das wär' natürlich... Scheiß drauf. Ich brauch' Sonnenblume. Okay, klappt so weit, wie's hier aussieht. Okay, da kommt jetzt der Nächste. Gut, wahrscheinlich kommen auch gleich Wasser-Zombies. Dann hab' ich nämlich richtig Aschgarten. Ne, da oben kommt gleich so einer. Super. Okay, der wär' auch aufgehalten. Ich setz' hier schon mal die Dinger. Weil die brauchen wir auch ein bisschen, um sich zu erholen. Eine Sonne brauche ich noch. Kommt, Leute. Perfekt. So. 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 Gut, da kommen wir jetzt erst mal noch normale Leutchen an. Das machen wir nochmal so. So. Dann kommt das da hin. Da sind zwei. Das sollte jetzt eigentlich gehen. Ja, super. Mach doch gleich. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Komm. Mach ihn. Zack. Schneller. Da schicken die gleich solche los. Oh mein Gott. Los, die Beam. Die Beam. Ja, komm. Fall Kopf ab. Kopf ab. Ja, perfekt. So. Sonnenblumen reichen zwei rein, hab' ich mal. Eine riesige Welle kommt. Jetzt hab' ich Angst. Boah. Gleich hier vorne. Fickt euch. Fickt euch. Alter. Taucht der direkt hier vorne auf? Oder was? Fickt dich. So. Alter, da kommt's. Alter. Ja, jetzt kannst du die Pflanze kaputt machen von mir aus. So. Alter, die haben da noch echt nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja, los. Die Schauter schießt mal ein bisschen schneller hier. Komm. Zack. Erster Kopf ist ab. Ach, das Level ist fertig. Geil. So. Unser Hüftsack. Der springt dann immer auf den Zombies. So ähnlich wie... ...Zampage Zombies. Ähm. Hauptmenü. Ich weiß gar nicht, wie lange ich halt aufgenommen hab. Aber wir können ja mal pflanzen hier. Schaden enorm. Bereich. Geringe Reichweite. Zermatschen Zombies, auf denen sie landen. Nutzung einmalig. Ich bin bereit. Brüllen. Matsch Kürbis. Auf geht's. Pflanz mich. Ich bin der Beste. Ich bin dein Mann. Na los, worauf wartest du? Ich brauch das. Brauche das. Ja, wenn das braucht. Und Zombies haben wir jetzt halt. Den neuen Zombie. Dank des Schwimmreifens treibt diese Zombie auf dem Wasserausdauer gering. Taucht nur im Pool auf. Schwimmreifen sind ziemlich abgefahrene Dinger. Damit kann nicht jeder Zombie umgehen. Einige geben da noch lieber auf und verzichten auf Gehörne. Glaube ich ja nicht, aber gut. Wenn ihr es meint. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Kleinst für Zombies. Und fürs Zusehen kleinst für Zombies. Geile Satzstellung. Fürs Zusehen beim Let's Play von Plains und Zombies als Zombies. Und falls jemand aus den von den Zuschauern ist, weil es ab wann die Minispieler und so kommen, was man nicht da, was ich da nochmal haben muss, welches Level, der kann das gerne mal sagen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Eventuell passt das ja nicht wieder genau im Schnitt wie beim letzten Mal, dass jetzt direkt es weitergeht. Ich weiß es ja nicht. Aber trotzdem Schiss auf Wiedersehen. Und viel Spaß und Freude mit anderen Netsplins.